Die Geschichte der Menschheit Wir berichten live aus District 9, dem Flüchtlingscamp, das errichtet wurde, um die Aliens von der menschlichen Bevölkerung zu trennen. Ich sollte eine schusslichere Weste bekommen. Machen Sie sich keine Sorgen, das geht schon in Ordnung. MNU Agents, machen Sie bitte die Tür auf! Das hier ist ein erstaunlicher Fund. So ein Gerät habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, auf dem hier sind Markierungen drauf von... Es stammt also definitiv von Aliens. Aber es ist... es ist keine Waffe. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmen District 9. Eigentlich wusste niemand, was das für ein Ort war. Holt ihn mir! Es wird schnell gehen. Es wird sauber laufen. Und das allerbeste... Hey, hey, hey! Es wird geräuschlos sein. Es gibt eine Menge Geheimnisse in District 9. Die Geheimnisse in District 9.